Nein! Nein! Oh mein... Oh Gott, nein! 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 Ja! Ich hab sie gehabt und in der letzten Sekunde abgegeben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Unterlehrlöchen zu einer wunderschönen neuen Folge GTA Online mit dem guten Computer46 auf dem Mega-Games-Server. Hallo! Wunderschönen guten Tag! Ich heiße immer nur Fabio. Ja, ich mach's manchmal so, manchmal so. Alles klar. Ich nehm einfach den Super-GTS. Keine Ahnung wie der ist. Scheiße, ich hab nicht getunt. Ich hab nicht getunt. Scheiße. Oh nee! So! Mega-Games-Server. Bomb-Tag. Game-Modes am Start. Drei oder vier Game-Modes. Gucken wir mal, je nachdem wie schnell die sind. Es geht los mit Bomb-Tag, Visa, Sportwagen, Map, Crossroads. Finde ich eigentlich mit die geilste Map, muss ich eigentlich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Gucken wir mal. Nur zwei Runden. Joa, Alter, meine Karre! Hoho! Alter, wie die abgeht! Joa, ungetute ist schon mal anders. Alter, die hat ja... Junge, das ist Krieger-Style, wie der hier fährt. Und ich hab die Bombe schon mal nicht. Alles klar. Ich auch nicht, aber sie ist in meiner Reihe. Aber ich sag dir ganz ehrlich... Oh Gott, da ist die... I have the Bomb und I have the abgegeben. Junge, das geht schon wieder los, dass ich einfach nur rammen werde von allem. Oh Gott, die Bombe war grad direkt hinter mir. Mein Gaming, verpiss dich! Lange Leben, das ist hier die Devise. Man spielt ja auch immer noch gegeneinander. Das heißt, man kann sich ja auch gegenseitig aus dem Map rammen. Deswegen fahr ich... Willst du mich komplett sehen, oder was? Hä? Wo warst du denn? Was ist denn los, Junge? Hä, ich hab dich rausgekickt! Er fährt gegen mich, ich flieg erst mal 100 Kilometer in die Luft, Junge. Ich hab dich nicht gesehen! Wo warst du denn? Hä? Was ist denn das heute mit dem Punkt ist, dass ich immer so weit weg fliege? Als ob ich dich rausgekickt hab! Ich hab dich nicht mal gesehen! Tut mir echt leid! Alles gut! Es tut mir so leid! Ey, was ist heute los, Mann? Als ob ich dich zweimal rauskicke, Alter! Ich hab dich nicht mal gesehen! Zweimal rausgekickt und zweimal nicht gesehen! Das muss ich mir in der Aufnahme echt noch mal reinziehen, ne? Oh Gott! Oh, hast du ein Glück? Oh, ich hab sie nicht! Ja, ich hab sie nicht! Oh Gott! Ja, ist klar! Oh! Oh! Oh, du wirst verfolgt! Du wirst einen Halt! Ja! Ja! Oh Gott! Wo ist die Bombers, Dicker? Ja, Dicker! Schießt mich doch nicht weg, Alter! Lasst mich doch jetzt mal fahren! Das sind langsam nicht mehr so viele! Jetzt wirst du auch langsam ein bisschen angenehmer! Sag ich dir mal ehrlich! Ich find die Map scheiße irgendwie, weil die ist so unübersichtlich! Es gibt so viele Stellen, wo du rausgekickt werden kannst! Ja, aber es gibt doch so viele Kurven! Das mag ich eigentlich ganz gerne! Weil du musst auch ein bisschen kurven! Oh Gott! Oh Gott! Hast du ein Glück, dass dir immer einer dazwischen fährt! Hehehehe! Also normalerweise müsstest du eigentlich schon ein Wunder mal die Bombe kriegen, aber du hast immer irgendeinen, der dann davor fährt! Ich hab schon mies luck, muss ich auch ehrlich sagen! Bei mir ist heute so ein Tag! Ich hab auch irgendwie immer... Ich krieg auch nie die Bombe einfach so, ne? Hey Junge! Ich hab's ja kapiert! Oh, er zittert die Bombe einfach! Er fährt nicht! Er fährt nicht! Ich drück Vollgas! Die Karre gibt kein Gas, alter! War ich kaputt, oder wie? Hatid! Ja, Digga! Verpiss dich, alter! Karma, Junge! Du hast nichts raus hier! Ich hab doch nicht mit Absicht gemacht! Und dann krieg ich die Bombe, obwohl er mich nicht mal berührt hat, alter, bei mir! Ach, Mann! Aber Hauptsache ich drück Vollgas, er geht erstmal auf die Bremse, alter! Ach, ist das toll! Ah, ich hab's relativ weit geschafft, das ist schon mal nicht schlecht! Ja, stimmt, unter die Top 10 ist auch... Ach, ärgerlich! Wirklich! Wirklich, dass ich wegen dir rausgeflogen bin gleich am Anfang! Ja, das muss man auch sagen! Also, es ist echt, äh, unglücklich! Das heißt, es wird sich jetzt schon entscheiden! Ja, tatsächlich! In den nächsten 10 Sekunden! Schafft es M... M... Mio... M4O... M4O... Oh, nee! Es wird knapp! Es wird knapp! Oh, doch! Tatsache! M4O gewinnt die erste Runde! Stark! Ja, aber als ob ich dich... Ich hab immer noch keine Ahnung, wie ich das gemacht hab! Du bist doch mein einziger Kick! Aber diese Karre, ich sag dir auch ganz ehrlich, die find ich mega geil! Aber ich glaube, du musst halt wirklich aufpassen, dass du nicht so viel Damage kassierst! Ich meine, das ist absoluter Müll! Ich hab's halt auch nicht mehr geschafft, sie zu tunen! Und... Ja, die Bombe spohrt auch wieder direkt vor mir! Ist klar! Ich werd direkt weggerafft! Ich krieg die Bombe, oder was? Okay! Ah, Junge! Knappt mich doch nicht! Ich will doch einfach nur fahren! Wo sind die Bombastikers? Da! Ah, da bist du ja! Das Mal lass dich ja mal in Ruhe, Mensch! Du bist weiß! Alles klar! Muss ich mal merken! Immerhin hab ich dich das Mal gesehen! Okay! Oh, die Bombe ist hinter mir! Oh, mein Wagen hat richtig scheiß Kurvenlage! Oh Gott, die Bombe war direkt hinter mir! Ich hab die Bombe! Jawoll! Abgegeben! Nice! Oh, die Bombe ist vor mir! Oh, die Bombe ist rausgeflogen, Alter! Back here! Wuuuuh! Da warst du! Ja! Ah, da bist du! Links neben mir bist du gerade! Der Weiße, ne? Jo! Oh, scheiß! Ich hab die Bombe! Und ich hab sie abgegeben! Ciao! Wie, sie halt auch nicht mal probieren, mich zu verfolgen! Finde ich witzig, ne? Ah, da bist du hoch! Oh! 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 Oh Gott, wo ist die Bombe? Ah! Oh Gott! Du hast die Bombe! Nein! Ah! Du hast die Bombe! Verpiss nicht! Nein! Geh doch an den! Ooooooh! Oh mein Gott, hi! Alter, diesmal seh ich dich richtig oft, find ich mega geil! Alter, Junge, ich dachte echt, du wolltest mich verfolgen mit der Bombe! Ne! Oh mein! Nein! Nein! Ja! Ja, Digga! Ich hab sie gehabt und in der letzten Sekunde abgegeben! Oh mein Gott, nein, scheiße! Oh mein Gott! Alter, als ob ich die nicht bekommen hab, die Bombe! Wie viel Luck! Oh Gott, du hast immer noch die Bombe! Nein! Ich hab sie schon wieder! Ja! Hey! Ich krieg's nicht zweimal zünder oder wie? Oh mein Gott, wo ist die Bombe? Alter! Ja, Digga! Oh mein Gott! Oh mein Gott, bist du weg? Ja, er hackt doch, Junge! Oh mein Gott, die Bombe hinter mir! Nein! 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 Easy! Ausgespielt, Alter! Noch acht Leute! Komm! Wieso krieg immer nur ich die Bombe, Junge? Was ist das? Digga! Ich hab sie nicht einmal gehabt bisher! Oh Gott! Ja, tschau! Ha! Er hat sie dem anderen gegeben! Oh mein Mann! Unfähr! Oh Gott! Nein! Ich werd auch noch rein! Ja! Ja! Und nochmal zurück! Ja voll! Tschau! Oh Gott! Einen lang! Es ist unfassbar! Aber jetzt krieg ich sie, ne? Nur noch vier Spieler! Ja! Ja! Ah, it's up! Ja! Der Ping, Junge! Ja, Digga! Der Ping ist nie auf meiner Seite! Der kriegt dich gleich! Der kriegt dich gleich! Der kriegt mich gar nicht! Junge, es geht ins 1 gegen 1! Ja, und ich hab's wieder, wie? Ja, aber schon wieder dieser M4O, oder wie? Der Ping, ich bin so viel schneller als er, ne? Tja! Das ist der Sieg! Das ist er doch, oder? Buuuum! Ha! 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 Ich hab jetzt mehrere festgestellt, dass du gelingt hast! Ah! He is hacker! Ja klar, alter! Ja, ja! Wie schreibt man schlechter Verlierer? Ha! Ah, schön! Ich bin! I'm for ETH, was? Ha! Ha! Okay, Avalon! Ne, GateDash! Wird's GateDash? Geil! Ne, Free4All natürlich! Everybody calls you Hacker! Ha! 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 Ja, perfekt! Ok! Weiter geht's schonmal! Haben wir jetzt mal einfach mal keinen, ähm... Wir brauchen ein schnelles Ding. X80. Nero Custom. Ja, ich nehme den X80, glaube ich. Ja, nächster Modus. Gate Dash. Auch cool. Ich habe auch den X80 genommen. Komm, Junge. Ich arbeite zu zweit. Komm. Okay, wo bist du? Das ist ja auch wieder FIFA All, wa? Da bist du, lol. Digga, Hauptsache ich kann gar nicht lenken. Du hast ja jetzt wieder den Boost, ne? Wo ist denn der? Welche Taste? Digga, ist gut. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Also auch einen Controller? Ah. Ah, ich bin der Erste drin, oder? Da sollte es sich wieder aufhören, ja. Boah, ich will mich nicht... Ich fahre mal hier an die Ecke, weil ich habe keinen... Ah, der X80 überdreht sich eigentlich, irgendwie ist es scheiße. Ich glaube, als ob ich jetzt schon so viele verkackt habe. Hey! Ja! Oh mein Gott! Junge, wie ihr ankommen, ihr der Grüne. Ich folge dir mal. So. Werden wir mal hier stehen. Oh. Jawoll! Wieder Erster, Mensch. Drücken in die Olga. Wui! Ah! Bevor die anderen kommen, weg. Kein Bock. Ja, weg, sonst... ...kaputt gerammt zu werden, ja. Okay, ist immer noch... Ja, er hat mich versucht zu rammen, der Wichser. So, jetzt ist halt die... Hey! Wir müssen... Nein, wir müssen es ausrichten. Wieder sind wir die Ersten, Alter. Was ist denn da los? Läuft doch die Runde! Läuft, Mensch! Jawoll! Yeah! Schon mal drei Runden überlebt, das war schon mal was. Einmal mein Auto nicht kaputt! Das ist so schassig. Oh, okay, der hat so weg. Oh, Gott! Gebt Gas! Nein! Schaffst du es nicht? Nein, weil der einen mit dem Weg gefahren ist. Ah, die Bremse. Oh, ich hatte nicht meine Karte überdreht. Oh, Mann! Wichser. Ah, schade. Ah, so ein Hackard. Nein. Oh, wo kommt es jetzt, hä? Oh, Mann! Ah! Hat denn noch vier? Aber dieser E4 MO ist auch wieder drinnen, ne? Der kommt auch jedes Mal so weit. So, was glaubst du, wo kommt's jetzt, hä? E-M-4-O. Ich sag nochmal an der gleichen Stelle. Ja? Weiß es nicht. Ah, ne, gegenüber. Oh mein Gott. Oh, das wird close schon. Ah, ich glaub, der letzte Schatz nicht. Ah! Alter, nur noch zwei? Alter, du gegen Galaxy. Okay. Digga, den kick ich jetzt runter. Pay to win, Gamekits. Ja, Digga, ich ram ihn, das passiert einfach nichts. Also bei uns müssen wir an ihm vorbeigefahren. Ach so. Ja. Hä, aber ich hab ihn schon wieder gerammt? Ja, ich gewinne. Ich erwinne, ich erwinne. Hehehehe. Yeah. Ah, geil, Mann. Ich bin doch richtig gut drauf heute. Einfach schon zwei Dinger gewonnen, ey. Das ist... Oh, ist das gut, ey. Direkt hintereinander auch noch, ne? All versus Computer. Ah. Ja, ja, geht ruhig, ey. Du doch nicht. Ich muss immer gegen dich spielen. Ach ja. Digga, das ist schon wieder direkt bei mir. Schön. Ey. Danke. Irgendwas juckt hier. Ah. Hahaha. Irgendwas juckt hier. Da ist ja schon wieder dieser EM4O, Alter. Na, hast du es aber wie abgesehen, wa? Kannst du nur verlieren. Gegen mich. Hast du auch keine Chance? Hey, nein, 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 ich stehe seitlich. Scheiße. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, ey. Einmal gerammt, einmal gerammt worden und direkt ist man draußen, ey. Digga, scheiße. Alles, alles, Kinder, wirklich liebes Hanneson. Nein, ich hab verkackt. Das ist nicht schlimm. Nein, ich komm nicht hin. Oder? Nee. Nein, ich war doch drin. Ich war drin. Fuck. Als ob das Tor so schnell gekommen ist. Letztes Mal hat sich das EM viel mehr Zeit gelassen. Schade. Naja, egal. Ah. Was sagt's? Aber es lief besser als bei den letzten Malen. Kann mir der EM4O diesmal zumindest nichts vorwerfen. Dass mir erneut einer reingefahren ist. Und sich dadurch... Ach, Mann. ...dies Pille und Futter war. Aber so eine Belastung. Ich war halt schon drin und der lässt mich explodieren, ey. Nein, nein, nein. So, M4O. Dann holt ihr doch jetzt zumindest den Sieg. Dann sehen wir, dass du's drauf hast. Das ist halt alles so ne Wichser, die hier bei sind, ey. Ja. Okay. Mal mit ihrem Eckrappen, ey. Naja, es ist jeder gegen jeden. Du wirst es halt, ne? Ja, klar, aber... Jeder Fehler muss ausgenutzt werden. Man, man, man. Heißt, ob man es noch geschafft hat. Tja. Galaxy war letztes Mal auch da, ne? Der ist auch noch da. Aber ich hatte ihn zweimal mit Fullspeed gerammt und es ist halt nichts passiert. Oh! Und M4. Hä? Der hat cheatet, Alter. Der war gerade draußen. Ja, klar, Alter. Nennt mich Hacker und hackt selber, ne? Unfassbar. Wahrscheinlich deswegen. Weil er hackt mich verloren hat. Weil er dadurch verloren hat, ja, klar. Unfassbar. So ne skilllosen, Leute. Wahrscheinlich so ein 10-jähriger Kiddy, Alter. Es sind immer nur solche Typen, die sowas abziehen. Aber wieder der Galaxy, mit dem warst du eben im Finale. Ja. Tja. Ah, ich bin ganz zufrieden mit der Folge bisher. Ja, ein oder zwei machen wir auf jeden Fall. Oh, und M4. Hä? Digga, hast du gesehen, wie M4O sich wieder rausgearbeitet, der explodiert jetzt, oder? Ja, Gott sei Dank. Jawoll. Und Galaxy gewinnt. Stark. Ich gönn's ihm. Er war eben mit dir schon im Finale. Iiii. Ja. Komisch. M4O, Alter. Hier war der Hacker, my friend. Jo, diesmal aber mit Cut. Weiter zum nächsten. Und damit zum dritten Modus. Survive the Tank. Ich bin mal wieder ein Player. Ich auch. Ja, immerhin sind wir diesmal immer am selben Team, wa? Ey, wir müssen mal Interaktionsmenü gucken, ob man in so eine Party kommt, dass man immer im gleichen Team ist, oder so. Oh, das modernere Caddy natürlich. Ja, survived the Tank. Zwei Röntgen. Man hofft ja dann doch irgendwann nochmal wieder den Tank zu kriegen. Ich glaub, einmal war ich es ja sogar schon, ne? Okay. Los geht's. Abhauen vom Tank. Wer ist der Tank? Mann, verpiss dich. Ey, du musst halt echt aufpassen, dass du halt auch nicht rausgerammt wirst. Valarukar oder so? Den Namen kenn ich auch. Wo hat er den Speed gehabt? Oh. Nein, nicht auf mich gehen. Er geht direkt auf mich am Anfang, ey. Der Tank ist direkt bei dir, ja. Oh Gott. Ja. Ich kann mich nicht... Ey, was ist heute los? Ich mach jetzt aus. Das hat doch gar keinen Sinn hier gerade, Mann. Ich bin mal als erster jede Runde. Was ist denn das? Nein, da haben ich... Ich bin nicht weg, Alter. Ey, ey. Ich rass dir komplett aus, Digga. Was ist das? Was ist heute? Unterhalb meiner Account gemodelt, Junge. Kann doch nicht sein, dass ich immer der Erste bin, der stirbt. Das war schon wieder großes Pech, ja. Der Typ, der den Tank hat, ist einfach der größte Lappen. Guck dir an, wie schlecht der fährt eigentlich. Digga, der macht ja gar nichts. Hä? Der RGB-Beleuchtung an seinem Panzer? Wie geil ist das denn? Der wechselt die Farbe. Scheiße. Scheiße. Da ist eben 4O. Hast du einen Snap mit mir geschickt? Warte, da ist ja der Panzer. Jetzt kurz Pissen, ey. Musst du irgendwo gut rauslassen. Also, für mich muss ich ganz ehrlich sagen, läuft's gerade ganz gut. Hey, da ist ja der Dennis. Ein anderer. Stark. Guck mal, was er uns hier für ein wunderschönes Naperino geschickt hat. Wenn der Panzer gar nicht kommt. Sehr schön. Ein Wurf im GTA. Okay, da kommt der. Okay, scheiße. Fuck, 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 fuck. Verpisst euch. Ah, Gott, er wendet. Ähm. Ja, er kommt. Nee. Doch. Nee. Doch. Tyga, der Typ ist aber auch schlecht, ey. Muss man auch ehrlich sagen, ne. Gut. Ist der nicht. Oh Gott. Eine Minute noch sollten wir eigentlich hinkriegen. Wo ist denn der? Der fährt da hinten jetzt einem hinterher? Ist ja echt stark. Okay, jetzt kommt der wieder. Ich hab jetzt meinen Kaffee getrunken. Beruhigt hab ich mich jetzt nicht. Oh Gott. Was? Sieht aber aktuell auch so aus, als ob ich's, äh, wieder schaffe. Tyga, der Panzer ist aber auch schlecht, muss ich auch ehrlich sagen, ne. Der ist so schlecht. Also, die, die ja rauskickt, sind alle einfach, ja, mich eingeschlossen. Nein, Emil. Ja. Ja, wo ist denn der? Oh Gott, der kommt ja entgegen. So nah wollte ich dem jetzt, ehrlich gesagt, nicht kommen. Ja, Tyga, outplayed, Alter. Verpiss dich. Ja, easy. Überlebt, Alter. Nice. So. Überlebt. Jetzt bin ich da. Motherfucker. Jawohl. Und jetzt der Panzer. Auf jetzt. Ja, Mann, gewonnen. Nur dank mir. Weil ich mich am Anfang geopfert hatte, habt ihr eine höhere Überlegungschance gehabt. Ich bin der einzige teamtaugliche Spieler von euch. Ja, Digga, ich hab schon wieder... So, jetzt erstmal hier an den Rand fahren. Ich hab jetzt keinen Bock, dass ich wieder von allen weg... Ja, ich bin direkt nach hinten weggefahren. Loll. Hä? Ich hab gequittet, glaub ich. Ja, okay. Das gab's auch noch nie, oder? Das ist der Tank-Spiel. Der Tank-Spiel hat einfach gequittet. Ich hab überlebt. Ja, alle überlebt, Alter. Okay, nächster Modus. Hä, als ob's hier auch Sumo gibt. Hä? Na, dann Sumo, Digga. Hä, aber warum? Das ist doch genau das Gleiche. Oh, Entschuldigung. Und willkommen zurück zum letzten Game-Mode für diese Folge. Und Sumo ist es geworden. Jo, ich hab M4O in meinem Team. Ja, Sumo, komisch. Es ist scheinbar ein einzelstehender Spielmodus. Aber es ist auch, äh, ja. Ja, ja, ja. Ein Team-Mate von mir ist direkt am Anfang rausgefahren, Alter. Ja, bei mir auch. Kann man sein. So, ich brauch erstmal eine andere Karre. Ja, ich krieg das Go-Kart, Alter. Ist ja stark. Komm, Bruder. Jawoll. Ist ja witzig. Ich bin rausgehauen. Ah, ich brauch eine neue Karre. Ich kann da so nicht fahren, ey. Also das Go-Kart ist geil zum Fahren, so. Aber, weißt du, ich glaub, ich walte das jetzt erstmal. Darf halt nur keinem zu nahe kommen, so. Digger, bei mir kämmt auch noch einer. Also irgendwie. Ach Mann, was ist denn das heute? Raus. Ei, ei, ei. Ich hab halt so, also wirklich so viel Pech kann man nicht haben. Dafür. Dafür, dann sag ich dir jetzt auch gleich ganz ehrlich. Dafür wird das Glück gleich noch in den Rennen kommen. Also, ganz ehrlich. So viel Pech kann man im Spiel nicht haben. Das geht. Ey. Wenn man mich übertrifft, dann. Naja, aber du weißt doch, wie man's sagt. Pech im Spiel und dafür sieht's andersrum anders aus, ne? Ja. Das ist doch was. Oh Gott. Ich will nix Böses von dir, mein lieber Rot. Tee, ich fahr die ganze Zeit. Dieses Go-Kart hier. Du wirst nicht, ich weiß gar nicht, wo du bist. Du kannst ja auch. Ach da. Hä, aber das ist ja geil, weil das ist wendig. Das ist schnell wendig. Ja, ich will dann halt wechseln jetzt gleich noch. Und dann halt irgendwie hoffen, dass ich, äh, was Gutes kriege. Ich hab mir mal wieder einen Kill geholt. Aber ich war, oh, nur noch zwei gegen zwei. Mein Team ist noch dabei. Okay, dann wird es jetzt, glaub ich, mal an der Zeit zu wechseln. Ist mein anderer, der noch da ist, M4O? Äh, M4O, ja. So, jetzt geht es nämlich in den Angriff. Oh, er braucht Hilfe. Hä? Bei mir ist der unter der... Tega, er ist gleich tot. Hä, bei mir fährt der unter... Ja, und direkt gewonnen. Bei mir fährt der unter der Straße einfach. Da hab ich mir ein Auto geholt. Hab direkt das bekommen, was ich gebraucht hab. Und hab direkt den fertig gemacht. Aber heute ist das Glück voll auf meiner Seite. Ich weiß nicht. Also, mich würd's nicht wundern, wenn ich heute auch noch... Äh... Wenn ich heute noch einen Race-Win hole gleich. In der nächsten Folge. Da zeichne ich mir den Mittelfink in die Kamera. Ah, was ist denn das für ne Frechheit? Ja, Junge, was soll ich machen, Alter? Einfach mal Skilly spielen. Los, jetzt! Gebt mir ne neue Karre. Ich versuche Skilly spielen, wenn ich hier immer nur... ...schrofftige. Ah, Junge, den Desert Raid, Alter. Mit dem kann ich halt so gar nichts anfangen, ne? Ettafekt, ich krieg Gott schreckt. Boah, nein, nein. Ich fliege in die Luft mit dem Ding. Ich brauch ne neue, Alter. Wirklich. Boah. Nee. Wo ist hier ne andere Karre? Da. Tigger, ihr kriegt den Trashmaster. Oh. Junge, dieser Speed da, der hat mich fast rausgekickt. Gott. Nein! Oh mein Gott. Okay, ich brauch ne andere Karre. Ja, das sind doch alles Modder hier, ey. Wen willst du denn sowas erzählen? Oh, Ambulanz, okay. Den kann man ja erstmal behalten. Digga, dass die überall Speed sind, aber das ist richtig mies, ne? Gerade wenn du ne Kurve fahren willst. Hey, warum? Junge, ich bin einfach fast tot, Digga. Ich im Team bist du, Rot? Ja. Du bist der Letzte. Ja, ich bin gestorben, ey. Du warst der Letzte aus deinem Team. Ich bin nicht runtergeflogen, ich bin gestorben wegen zu viel Schaden. Und jetzt kommt er. Lol, Alter, wie es einfach nichts bringt. Junge, campst du am Anfang immer, oder wieso bist du immer full live? Na klar, camp ich immer. Ey, du Lappen, Digga. Man muss doch voll in den Angriff gehen. Nein! Ja, also verdient, Digga. Das ist Karma einfach. Digga, so unverdient, Alter. Hauptsache, ich ramme ihn so voll. Der fährt keinen Meter zurück. Dann tatscht er mich so ein bisschen. Also diese Schrottmühle kippt um, Alter. Eins gegen eins gegen eins, Alter. Was machen die jetzt hier? Drag Race, oder? Lol. Junge, was machst du denn? Was machst du denn, Alter? Digga, wie behindert er ist. Er fährt einfach runter. Ja, er wollte sein Auto halten. Er wollte seinen Panzer behalten. Und wollte deswegen den Sprung nicht machen. Ja, aber... Digga, ist das dämlich. Ist das dämlich. Er kriegt Motorrad. Also, wenn er jetzt einen LKW kriegt, oh... Digga, Motorrad. Perfekt. Ist einfach rübergeschwungen. Ey, so eine Belastung einfach. Na gut, er hatte das Motorrad. Ich dachte, ich könnte an ihm vorbeifahren und in dem Moment fährt er rückwärts. Na, schade. Egal. Hat der jetzt nochmal Motorrad bekommen? Scheint so. Wie viel Pech hat der? Jetzt sucht er sich noch eine Karre. Jetzt wieder Motorrad. Nein. Okay, jetzt hat er eine Karre. Weiß ich jetzt nicht welche. Der hat ein Police-Auto. Und jetzt kommt die... Nee. Kommt jetzt Final Match hier? Nee. Ja, ich wäre draufgegangen, weil diese finale Zone ist doch auch wieder scheiße eigentlich. Aber interessant. Aber hier gehen die Modi irgendwie ein bisschen schneller, ne? Also das ist so gesehen, der Modus in Kurz irgendwie. Ja, wenn wir jetzt auch wissen, dass es den hier gibt, dann müssen wir jetzt auch nicht mehr das andere machen. Ja, wir können es auch machen, weil die Runden länger ist. Finde ich auch mal ganz geil, weil du auch viel mehr Spieler auch hast, ne? Aber dann können wir es vielleicht nur jede zweite Session machen oder so. Dann machen wir immer zweimal Game-Mode, einmal Rennen oder so. Okay, ja. Was geht jetzt los mit der Arena? Ja, Emil, jetzt musst du rein. Am besten, du nutzt die Geschwindigkeit und versuchst den wegzuhauen. Ja, stellt sich schon schlau hin. Ja, jeder Spieler ist hier mit Voice-Shit drin. Die hören uns die ganze Zeit. Halt's auf. Nein. Ist doch Quatsch. Dachte jetzt schon. Nein, ist doch Quatsch. Er hat sich da sehr schlau hingestellt, ne? Das war jetzt nicht unbedingt die schlauste Aktion. Oh, jetzt ist er raus. Naja, der Emil kann sich zum Teil erlauben, weil er halt eine deutlich schwerere Karre hat, ne? Oh, wie? Alter, aber der hat so viel Lack gehabt, aber jetzt war es das. So, einmal grün gewonnen, einmal blau gewonnen. Und ja, jetzt kommt noch eine Runde. Letzte Runde. Letzte Runde. Aber die erste Runde war sehr angenehm mit dem Go-Kart. Aber ja, mein Ziel ist, meine Taktik ist wirklich, am Anfang erstmal abzuhauen. Dann zu warten, bis halt weniger Spieler da sind und dann halt versuchen anzugreifen. Einzelne Leute, ne? Ja, Hotknife, Alter. Was soll ich mit... Junge, wie unwendig der Mist ist. Scheiße. Ja, Junge, wie ich fast verkacke. Ja, ich war in dieses Wechsel. Ich krieg die Akuma einfach... Ich krieg die Akuma einfach... Ich will einfach nur ein neues Fahrzeug krediten. Nein, ich habe noch kein Fahrzeug gekauft. Alter. Alter. Ja, lol. Emil hat einmal verkackt. Sehr schön, wenn die Spieler immer von sich aus verkacken. So, und jetzt fahre ich in meine Runden. Lass mich von keinem stören. Der wird... Ja, der sieht doch brauchbar aus. Ich habe allerdings auch schon 19% Damage, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe auch schon 15. So. Ah, ich glaube, ich bleibe jetzt erst mal kurz stehen. Beobachte mal das Geschehen. Wobei, ich fahre mal ein bisschen... Ist ja langweilig zu stehen. Ich glaube, ich fahre mal da oben hin. Da ist nämlich ein roter. Der gerade von einem blauen verfolgt wird. Oh, ach, das bist du. Nein! Ey, wir kicken uns gegenseitig drauf. Wieso du schon wieder so ein... Du hattest nicht mal Speed und kriegst so einen Rückstoß einfach. Digger. Ich habe nur ein roten Gesinn. Und dachte, ich unterstütze meinen Mate. Und dann bist du das schon wieder. Alter. Das gibt es doch nicht. Aber es sieht gut für uns aus. 2 gegen 1. Mensch. Da können wir noch einen zweiten Sieg holen. Blue Camper Team einfach. Ach, scheiße. 1 gegen 1. Wer ist der... Komm, tschalob. Ey, Digger. Komm. Zwei Siege. Das wäre doch jetzt ein Traum. Ich bin zwar nicht im Team Grün, aber ich bin für den Grün. Ah, ärgerlich, Alter. Das hätte locker wieder bis zum Finale reichen können. Schade. Kommt doch schon wieder nur ab. Das sind so eine Pussis in dem Team. Ja, die machen dann wenigstens. Ey, wieso kann ich die Kamera nicht drehen? Hallo? Ja. Freunde, ich würde sagen, es ist ja eine absolute Glücksfolge heute. Gibt mir dafür auf jeden Fall mal eine positive Bewertung. Dann schreibt mir doch gerne mal einen Feedback-Kommentar. Mir hat die Folge heute sehr viel Spaß gemacht. Wie sieht es bei dir aus? Nein. Das war absolut nichts. Nächste Folge gehen wir dann auf den Rennserver von Megas Games. Freunde, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute.